Und zwar geht's dann nämlich nach unten, da werden wir auch gleich noch hin müssen. Das war doof, das war wirklich doof jetzt. Vielleicht schaffe ich das jetzt auch besser von der Zeit. Gestern saß ich nämlich dann auch an dem Level fest, weil ich, äh, nicht genug Punkte hatte. Und das, oh Gott, und das lag daran, dass ich nicht schnell genug war. Ist aber auch sauschwierig, das zu spielen und dabei zu reden. Deswegen sage ich auch so wenig. Oh ne, jetzt geht das schon wieder los. Perfekt. Nicht wirklich gut. Perfekt. Oh Gott, nee. Das ist so fies mit dem... Springen. Erholen. Okay. Aha, spring. Ja, ja, wunderbar. Fast. Hast. Boah, die, die, die hasse ich ja, ne? Wo bin ich denn jetzt gesprungen? Oh Gott. Oh Gott. Away. Das war gut. Das war gut, Stefan. Das hast du schlecht gemacht. Sehr schlecht gemacht. Oh Gott. Oho. Puh. Okay, so. Das, das dürfte doch jetzt kein Problem mehr sein. So. Ja. Und dann. Aber, ne, jetzt haben wir nämlich wieder zu wenig Punkte und wir kommen da oben, da oben, äh, nicht mehr drauf. Also, nochmal neu. Ich hätte einen anderen Gok wählen müssen, glaube ich. Vielleicht wäre der Standard Gok hier einfacher gewesen. Wer weiß. Das war ja, glaube ich, bei dem Level frei, welchen Gok ich jetzt wähle. So. Oh, wunderbar. Oh, ver... Fuck. Verdammte... Frederic. Nein, natürlich nicht, Frederic. Das, wenn du überhaupt zuguckst, das ich jetzt mal nicht vermute, aber... Wer weiß. Nein! Okay, okay, so. Eih, an dieser Stelle auch nochmal ein... Eih, an dieser Stelle auch einen schönen Gruß an Skate702 Germany, der dieses Spiel auch Let's Played hat und mir empfohlen hat. Und, äh, ja. Guckt euch sein Let's Play nicht an. Auch nicht abonnieren oder so bei dem. Ne, der ist nämlich total schlecht eigentlich. Aber ich wollte nur mal... Ich wollte nur mal, äh... Ja, einfach nur mal Hallo sagen. Äh, ja, könnt ihr ja... Könnt ihr auf seinem Kanal schreiben, irgendwie... Ja, Magical Real Life hat dich gegrüßt oder irgendwie sowas. Da freut er sich bestimmt. Und springen. Und Ziel. Und wir haben genug Punkte. Fünf Punkte mehr, als man braucht. Ist... Verdammt, wo war das denn? Hier, ne? Ne. Wo war das denn? Da. Also brauchen wir jetzt das, da brauchen wir den Stachelkork. Grüne... Star. Star. Green Star. Grüner Star. Hatte ich das Level... Ach, das ist wieder so ein Zeitlevel. Äh, okay, sterben. Oh, nee. Ja, stimmt. Auch ein Scheißlevel. Weil... Dieser Scheiß-Gock ja so flummit. Und man... Deswegen... An solchen Schrägen, wie dieser hier, nicht... Oh! Schön! Hast du gut gemacht, Stefan. Boah! Krass. Hab ich... Ey, Hammer! Äh, okay. Erst den Steingock. Dann sind wir auch schon fast durch. Und dort die Räder kommen. Hier war auch ein Geheimgang, wie man an diesem Loch da sieht. Bist du denn eigentlich... Warum hau ich eigentlich immer auf meine Tastatur? Ich weiß aber nicht mehr, welcher Weg besser war. Ich glaube, oben war besser. Ah! Ah, nee, das war dieses Level. Okay, okay. Unten war besser. Oder? Ich weiß nicht mehr. Da hilft doch diese beruhigende Musik nichts. Da regt man sich trotzdem auf. So. Ich brauche ein Thema, worüber ich reden kann. Haha! Da ist ein Checkpoint-Gog gewesen. Was zum... Ich glaube, ich gehe doch oben lang. Das sah mir doch jetzt gerade spontan irgendwie angenehmer aus. Boah. Mein Bein schläft ein. Ähm. Ja, ist ja bald Sommer, ne? Und ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Super, jetzt habe ich den noch niemals. Da muss ich da so durchkommen. Ähm. Erzählt mir doch mal, was euer Lieblings-Freizeitpark ist. Euer Lieblings-Freizeitpark. Ähm. Also meiner... Ich habe eigentlich ehrlich gesagt zwei. Der eine ist Phantasialand. Wirklich unglaublich geil. Und der andere ist, äh... Der Moviepark Germany. Liegt aber... Vielleicht auch daran, dass ich da jedes Jahr hingehe. Ein... Zwei- bis dreimal, weil ich da eigentlich in der Nähe wohne. Und deswegen bietet sich das natürlich sehr gut an. Die hätten wir. Oh, ich muss hier so aufpassen mit den scheiß Zahnrädern. Okay, die hätten wir auch. Jetzt könnten wir... Die noch einsammeln, um Punkte zu bekommen. Nein! Auch bin ich denn wirklich so blöd, wie ich... Ich rede jetzt nicht zu Ende. Oh, Kinder! Wie habe ich das denn gerade geschafft? Da habe ich, glaube ich, alle jetzt. Blüm, 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 blüm. Ja, müssten vier... Ja, 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 ja. Das waren sogar, glaube ich, von beiden Reihen welche. Dort... Ich wollte gerade fast sagen, das waren alle, aber... Da kam mir dann noch welche entgegen. Nee, nee! Heute nicht! Komm, den kriege ich jetzt. Jetzt muss... Jetzt muss... Darf nichts mehr schief gehen. Nimm ich die noch mit? Nee, die nehme ich nicht mehr mit. Ich habe mehr als genug Punkte. Die reichen mir. Die reichen mir. Mir reichen diese Punkte. Ich muss mich wieder anders setzen und schläft mein Bein ein. So. Aua! Ähm. Doppelter Boden. Ach, ja. Okay. Ähm. Eine Taktik. Moment. Fange ich direkt mit der Taktik an und gehe unten lang. War das meine Taktik? Ich weiß es nicht mehr. Doch, es war meine Taktik. So. Oh, spring doch. So, ich hoffe, das Bild ist immer noch synchron. Vor allem das Webcam-Bild. Das mit dem Schwarz hat mich jetzt irritiert. Ähm. Wenn nicht, dann... Muss ich das nächste Mal irgendwie kürzere Aufnahmen machen. Oder so. Dann tut es mir jetzt schon reiht. Boah, ich finde das so geil, wenn das Bild einfach schwarz wird. So. Den hätten wir auch. Ey, das passiert ja hier voll oft. Ach, das sind die wieder, ne? Ha, alle. Ich mach euch alle, ey. So, da oben die Reihe, die räume ich dann auch nochmal ab. Schwarz. Schwarz. Grün. Weiß. Lelelelelelelelelelele. Ich sollte mehr aufpassen Tipp, passt bei diesem Spiel auf Und kauft es euch Es kostet nichts 13 Euro oder so Bei Amazon mit Hülle Download kostet 10 Also kaufen, ne? Müsst ihr Ich guck euch gleich auch nochmal an Und vorher wird hier nicht gemeckert Wie schlecht ich bin Das Spiel ist nämlich scheiße schwer Auch wenn das mega einfach aussieht Aber das ist so Es ist einfach so eine geile Idee Mit dem man hat So eine Fähigkeit Die kostet aber sozusagen Leben Und man muss dann darauf achten Dass man nicht stirbt Wenn man es zu viel einsetzt Och ist das schön So Hier passe ich jetzt ein bisschen mehr auf Und es wird dunkel Hier bleibe ich jetzt mal hier stehen Und Jetzt kommen die Jetzt Jetzt Genau jetzt Jetzt Immer an der Stelle, ne? Okay, die Musik ist auch super Und genug Punkte Ne, da muss ich ja hingucken Äh Scheiße Ja, Schneekanone Ja, ich bin ja Vielen Dank.